Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es wieder eine Menge neuer Leaks und Dinge, die jetzt aufgetaucht sind. Ich bin aus dem Urlaub zurück und jetzt werden auch wieder regelmäßig frische neue Videos kommen, die nicht vorproduziert sind. Wenn nämlich die Videos dir gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Es fehlen nur noch 8 Abonnenten bis zu den 100 Abos. Wäre auf jeden Fall super nice, wenn es diesen Monat schaffen wird. Ich denke mal, es sollte möglich sein. Und jetzt denke ich mal, wir beginnen mit der ersten Sache. Wie es vielleicht schon im Titel erkennen konnte, wird Moisty Meier zurückkommen, bzw. Moisty Meier in einer anderen Version zurückkommen. Es wird sicherlich nicht so zurückkommen, wie wir es ursprünglich kannten, sondern in irgendeiner Veränderung, vielleicht Mischung mit der Wüste oder so. Aber das Ganze startet jetzt im Prinzip schon. Hier ist wieder dieser Beacon aufgetaucht, der Generator, der dann hier auch das Ganze verändern wird. Und hier der Generator ist wirklich im Prinzip da, wo Moisty Meier auch letztendlich war, nämlich hier unten in der Ecke. Hier oben war ja gar nicht Moisty Meier, das heißt vielleicht bleibt hier oben die Wüste und hier unten kommt dann Moisty Meier letztendlich hin. Wäre auf jeden Fall nice. Da hatten wir nämlich am Ende beide Städte. Wäre auf jeden Fall super cool. Und ja, viel mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Allerdings kommen wir jetzt zu einer viel spannenderen Sache. Und zwar ein neues Bild, das vor wenigen Stunden, ich glaube gestern oder eben halt heute um Mitternacht, wurde es glaube ich gepostet. Und ja, das Ganze werde ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar, so. Ich hoffe ihr könnt es sehen. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Also hier sieht man auf jeden Fall den Besucher. Aber, ja, erstmal vielleicht nichts Interessantes. Allerdings ist es viel interessanter, was dann hier letztendlich in seinem Visier ist, was man dort gespiegelt sieht. Man sieht ja auf jeden Fall das, die. Und, ähm, dabei sieht man hier diese Aufbereitungsstelle. Ähm, die, by the way, in-game ja gerade nicht benutzt wird. Ähm, wird hier benutzt, um die neuen Generatoren zu bauen. Ich zeige euch dir jetzt nochmal in-game. Im Prinzip ist das genau die Stelle hier unten. Ähm, dritten, ähm, dritten, in der dritten Halle dort drin. Ist das Ganze zu finden. Und, ja. Auf jeden Fall. Ähm, sieht man da drin, wie Roboter gebaut werden, beziehungsweise abgebaut werden. Und man kann natürlich jetzt nicht genau wissen, werden die Roboter vom Besucher gebaut oder werden die Roboter vom Besucher abgebaut. Auf jeden Fall hier in-game sieht man die beiden Kräne hier. Ähm, ein Roboter würde, by the way, hier auch ziemlich gut reinpassen. Hier könnte der durch die Luke reinkommen. Und könnte dann eventuell abgebaut werden. Ähm, ja. Warum abgebaut? Ganz einfach, weil das jetzt nicht so aussieht, als würde der zusammengebaut werden. Der schwebt an, ähm, an solchen Haken dran. Hier oben wird er befestigt an der Decke und, ähm, ja, wird auseinandergeschweißt, so wie es aussieht. Und dadurch könnten natürlich die Teile des Roboters benutzt werden, um letztendlich die Generatoren zu bauen. Und, ja, auf jeden Fall, denke ich mal, diese beiden Bildschirme unten rechts, also einmal hier und dort, äh, die beiden hier, äh, Bildschirme, werden wahrscheinlich benutzt, damit der Roboter, ähm, sozusagen still da bleibt und nicht entwischen kann. Ähm, weiß ja nicht, ob der selbst irgendwie sich fortbewegen kann oder so. Ja, auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, hat der Creative Director von Epic Games, ähm, auch noch den Standort geändert. Der ändert immer, wenn irgendetwas in Fortnite passiert, den Standort, ähm, ja, zum Beispiel ist er jetzt, hat er den Standort zu Dusty geändert. Das heißt, vielleicht, ähm, wird hier nochmal ein Update zu Dusty passieren. Aber auf jeden Fall wird die Story dadurch natürlich nochmal ein bisschen klarer. Der Besucher ist immer noch auf der Map, versucht zu, irgendwo zurückzukommen, baut die Generatoren auf und, äh, baut das Ganze eben halt aus Roboterteilen. Und, ähm, ja, deshalb könnt ihr natürlich auch nicht die Roboter entfernen, weil sonst ganz Story keinen, äh, Sinn ergeben würde. Ja, äh, viel mehr gibt's dazu dann auch nicht zu sagen. Das war's mit dem kurzen Video und dann bis zum nächsten Video.